Das Forschungsprojekt InnoSmart, an dem die HSE als Praxispartner beteiligt ist, hat einen gesellschaftlichen, bildungspolitischen Ansatz. Wenn unser Strom der Zukunft nicht mehr kontinuierlich zur Verfügung steht, wenn es die Rot- und Grünphasen im Netz gibt, wie werden sich unsere Lebensgewohnheiten und unser Nutzungsverhalten ändern? Was müssen wir neu lernen? Im Kindergarten, in der Schule, im Studium, damit unsere Gesellschaft zukunftsfähig ist. Aufgrund von Workshops, Veranstaltungen, Befragungen und statistischen Erhebungen wird diese Langzeitstudie am Ende spannende Antworten liefern.